Herzlich willkommen zur heutigen wissenschaftlichen Tagesschau. Heute Talkshow Demokratie pur, freie Argumente Plattform. Parteimitglieder und Wählerinnen befragen Experten zu besserem Volksentscheid. Wahlprogramm mit Wählerstimmenpotenzial 56 Prozent. Ja, jetzt heißt es nur die Basis wählen. Unser heutiger Gast ist auch ein Die-Basis-Mitglied in Spee. Das heißt, sie ist dabei, ihren Wechsel zu vollziehen von wir 2020 EU zu die Basis. Und ich zeige auch noch einmal unsere Ausgangsbasis hier für den Anfang. Und zwar immer wieder dieses Bild, nämlich dass wir Politik denken sollten, wirklich basisdemokratisch. Das heißt, offen für alle Experten, Partei-Interne, Laien-Experten, Amateurexperten, ausgebildete Experten. Aber bei allen Experten vorsichtig sein, dass da nicht vorteilbringende Irrtümer bestimmter Spaten drin sind, die dann wieder nur dazu führen, dass manche profitieren und die Masse wieder verliert daran sozusagen. Und von daher hier, das ist so dieses Symbolbild, was sagt, den WählerInnen nach der Wahl einen Volksentscheid vorlegen aus fünf Vorschlagswahlalternativen, sodass eben nicht irgendeine Parteibasis oder einzelne Personen einer Partei den Entscheidungen der WählerInnen wieder vorgreifen und sie nicht wieder bevormunden, indem sie zum Beispiel hier, man könnte ja, wenn man jetzt hingehen würde und würde einfach mal diese drei Vorschläge wegstreichen und die quasi der Parteibasis auch gar nicht mitteilen, dann hätte man den Denkraum und den Debattenraum schon wieder auf nur zwei Vorschläge begrenzt und wenn man das dann noch auf einen begrenzt, dann hat man wieder eine totale Einseitigkeit und dann ist eigentlich die Basisdemokratie weg, weil die Basisdemokratie beginnt eben damit, dass man die anderen Seiten hört, dass man auch alle Experten hört und sich nicht vorzeitig und vor den Wählern auf eine Lösung einer Reform festlegt, auf einen Vorschlag festlegt, sondern das überlässt man den WählerInnen. Und es ist dann auch vorstellbar, das nehmen wir mal an, es wären sehr viele Vorschläge, wenn wir zehn Vorschläge hätten, hätten wir, hätten wir sozusagen, wenn wir sehr viele hätten, würden wir nur zehn sammeln, maximal zehn und dann würden die Wähler ihren Favoriten unter den zehn, die sich wesentlich voneinander unterscheiden, wählen und dann würde man diese, diesen gewählten Vorschlag nochmal in mehrere Untervorschläge aufspalten und dann könnten beim zweiten Nachfassen die WählerInnen quasi beim zweiten Volksentscheid dann die endgültige Reform festlegen, die dann auch sofort umzusetzen ist. So könnte man vorgehen und dann hätte man eine echte Basisdemokratie. Ja, und damit jetzt kann ich, glaube ich, diese Präsentation erst einmal wieder stoppen. Moment, wo muss ich hin? Hierhin. Jetzt gehe ich mal auf Präsentation beenden und dann müsste man, müsste man uns wieder so sehen. Ja, Frau Miesli, sozusagen, das war ja schon das erste Glied der sogenannten Machtbegrenzungs- oder Demokratisierungskette, die wir ja dringend auch der Partei die Basis vorschlagen würden. Und zwar, dass wir auf diesem Wege schon mal den ersten Schritt haben, klar dem Wähler zu signalisieren, wir bevormunden euch nicht schon wieder, wir lassen euch die anderen Seiten hören und ihr könnt das diskutieren in allen Talkshows der dann ja reformierten Medien, wird alles diskutiert und hin und her, pro und contra und am Ende können sie in einem Volksentscheid, liebe WählerInnen, sagen, wo es langgehen soll und nicht wieder irgendwie, dass wieder, sei es die Altparteien, ihnen vieles vorenthalten und die anderen Seiten nicht zu Gehör bringen und auch jetzt die Neuparteien dann auch wieder diese Einseitigkeit gehen und ihnen vielleicht dann nur bestimmte Richtungen. Wir hatten ja das Problem, dass in Baden-Württemberg als Hochburg der Anthroposophie Rudolf Steiners, man also offensichtlich als einzigen nennenswerten Experten da im Wesentlichen Rudolf Steiner und seine Dreigliederung und die Anthroposophie gewählt hat. Und dann hatte man noch in der Liste der, was ich da so gesehen habe, was da noch an, ja, an empfohlenen Dingen genannt wurde, waren eher ziemlich linksradikale politische Splittergrüppchen sozusagen, mit oft sehr linksradikalen Konzepten. Wir hatten ja einen Professor davon hier, stellvertretend für die anderen, die da empfohlen wurden. Und ich kann nur warnen, eine Neupartei sich ausschließlich auf linksradikale Experten und auf Anthroposophen zu beziehen, denn das ist aus meiner Sicht jedenfalls ein direkter Weg ins Scheitern einer Partei. Denn das bedeutet, dass man alle wirklich kompetenteren und besser ausgebildeten Experten eigentlich ausgeschlossen hat von vornherein. Ja, Frau Mäsli, haben Sie irgendetwas, interessiert Sie noch, wissen Sie denn im Kopf die anderen Glieder der Machtbegrenzungskette der Next Scientists for Future oder wollen Sie die doch durchaus noch mal in Erinnerung gebracht wissen? Also ich weiß noch über die Wohlfühlstimme in allen möglichen Bereichen, wie jetzt beim Arzt, im Supermarkt, meinetwegen auch beim lokalen Energieversorger, Wasserlieferanten, wie auch immer. Und das halte ich wirklich für ein sehr wirkungsvolles Mittel, um die Qualität insgesamt zu verbessern. Und politisch, ja, Volksabstimmungen sind okay. In der Schweiz, glaube ich, wird nicht so mit so vielen Argumenten argumentiert, wenn man jetzt gerade wieder sieht mit dem Burka-Verbot, was jetzt die Schweizer befürwortet haben. Ich weiß nicht, wie da die Informationspolitik im Vorfeld stattfindet, in der Regel. Ich habe heute Morgen meinen Mann gefragt, was würdest du von solchen Volksabstimmungen halten, wie es jetzt in der Schweiz gemacht wird? Dann hat er gesagt, ach, das will ich gar nicht haben, so oft Volksabstimmungen machen. Das interessiert mich gar nicht so. Aber auf der anderen Seite, dann beschwert es sich auch wieder, dass in der Politik keine wirklichen Alternativen gibt. Weil in den letzten Jahren, wenn Wahlen waren, sagen wir mal Bundestagswahlen, dann hat man ja immer als Wähler auch geschaut, wer will denn nach der Wahl mit der anderen Partei, mit welcher Partei koalieren. Denn wenn man der Partei X eine Stimme gegeben hat, wusste man, nach der Wahl bin ich damit automatisch auch für die Partei Y, weil die koalieren ja wahrscheinlich, die haben ja schon vorher Koalitionsaussagen getroffen. Und so, jetzt haben wir schon zweimal hintereinander große Koalition bekommen in Deutschland. Und da wusste man schon vorher, da wird nicht viel geschehen. Die drücken das durch, was sie wollen und der Rest fällt hinten runter. Und das ist eigentlich schade. Es müsste wirklich mehr Varianz da sein, eben nach dem Willen der Wähler. Und da halte ich diesen Volksentscheid schon für eine gute Sache. Aber zehn Argumente, ob da die Leute bereit sind, das alles zu lesen und sich darüber zu informieren und auf hohen Kontra sich im Fernsehen zum Beispiel anzuhören, ist es nicht ein bisschen zu viel dann mit zehn Argumenten? Würden nicht, ja, vier, fünf, sechs auch schon mal reichen, weil sonst sind die Leute überformt, glaube ich. Ja, das, das, das mit dem zwei bis zehn ist wirklich das absolute Maximum. Ich würde auch sagen, ach so, ihr Mikro ist noch ein, ihr, ihr Lautsprecher ist zu laut und das Mikro, dann gibt's Rückkopplung. Die, das wäre auch mein Problem. Mir sind auch zehn eher zu viel. Zwei bis fünf vielleicht oder sechs oder drei, vier. Ja, denn das reicht, damit die Leute sich das auch wirklich durchlesen und damit das auch, sie können ja auch in den Talkshows, wenn sie sozusagen alle paar Monate einen Volksentscheid machen, da muss man auch drüber reden, was ist zu oft, denn sie haben genau, ihr Mann hat genau das Richtige angesprochen. Will ich denn überhaupt den ganzen Tag beschäftigt sein mit Politik? Will doch der normale Bürger gar nicht. Und das ist ja auch der Fehler bei diesen Bürgerräten und Bürgerparlamenten. Wer hat denn Lust, seine Karriere, wenn er gerade frisch Karriere am Machen ist, mal einen Monat auf Eis zu legen, alle seine Karrierechancen zu riskieren, sich mit dem Arbeitgeber Ärger zu verschaffen, indem er dann sozusagen rausgeht und einen Monat im Bürgerparlament arbeitet. Das will kein vernünftiger Mensch. Das wollen vielleicht Arbeitslose oder Linksextremisten oder wer auch immer. Und aber der normale Bürger will das ja gar nicht. Und dann haben sie keine repräsentative Wählerstichprobe mehr. Wenn die sich nämlich weigern, daran teilzunehmen, dann müssen sie die Leute zwingen. Das gibt auch wieder Ärger. Also deswegen unser Konzept lautet, wie kann ich mit dem geringstmöglichsten Zeitaufwand die größte Demokratie herstellen. Und deswegen wäre ich auch, könnte ich auch damit leben, dass die Leute, die Bürger irgendwann sagen, nee, ich will nur alle zwei Jahren Volksentscheid und nicht alle drei Monate. Also dafür sind wir völlig offen, weil die Leute das Recht haben. Denn was ist nämlich der Nachteil eines Volksentscheids, Frau Mesli? Der Nachteil ist, dass es ja das, dass der nichts an der Motivation eines Arztes oder eines Unternehmens ändert. Ja, die Nahrungsindustrie war wieder bei Arte der Giftmischer oder Hexenküche, Nahrungsindustrie. Ständig werden zu unserem Genbestand und zu unserem Stoffwechsel immer weniger passende Kunstprodukte kreiert, die zwar total der Zunge schmeicheln, aber für den Rest des Körpers total gefährlich sind. Und dieser Trend geht ja immer schneller weiter, ja, sozusagen. Sodass wir auch gar keine Möglichkeit haben darüber, dass die Leute, die krank werden an diesen Nahrungsmitteln, wenn die wegsterben, dann bleiben die übrig, die diese Gifte vertragen. Nee, geht nicht, weil Lexus ja schon wieder zwei neue Gifte auf dem Markt sind und schon wieder was Neues als Angriff kommt. Also von daher ist da nichts zu erwarten. Also aber noch einmal deutlich, ab und zu nach Wunsch der Wähler Volksentscheide als ein Element und das Volksentscheid-Wahlprogramm symbolisiert dieses Denken in mehreren Vorschlagsalternativen und eben dieses Hören der anderen Seiten und nicht wieder einseitig werden. Das ist das Grundprinzip. Und dann haben Sie die Wohlfühlstimme zu Recht angesprochen, denn mit der können wir jetzt jedes Unternehmen quasi geistig als Teil des Gesundheitswesens sehen. Ja, also ein Unternehmen, egal ob es Autos baut oder das baut, immer geht es darum, wie entwickeln sich die Wohlfühlstimmen der Kunden, dann können Sie zum Beispiel kein giftiges Neuauto mehr mit ganz viel Plastik giften, wo die Leute fast giftkrank werden, wenn sie im Neuwagen sitzen, in den Ausdünstungen, dass Sie da also sozusagen, Sie kriegen die, die Autoindustrie wird ihr, ihr Auto als Gesundheits- und Glücksförderungsinstrument neu designen und all die Gifte rausschmeißen und auch die Atemgifte, die ganzen Luftsysteme völlig neu konsumieren, dass wir nicht ständig Abgase der Vorderleute einatmen und so weiter, was es ja schon teilweise gibt bei Japanern. Ich hatte das mal bei meinem Toyota hatte ich das mal, so ein Umluftsystem und so weiter. Aber da gibt es immer noch viele Mängel. Also das heißt, also jede Firma wird dann interessiert an meiner Gesundheit, an meiner Langlebigkeit und an meinem Wohlfühlen. Also und ja, und die Behörden, die kriegen zusätzlich noch eine Messgröße, nämlich der Wohlstand. Denn die Behörden können uns ja auch, indem sie sich aufblähen und uns sinnlos beschäftigen, können die ja auch unseren Wohlstand beschädigen. Ja, also messen wir da vielleicht noch Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten, Wohlfühlstimmen und vielleicht noch die Wohlstandsdaten, wo man sehen kann, ob eine Behörde auf die Menschen eher konstruktiv wirkt und deren wirtschaftliche Situation eher insgesamt verbessert. Oder ob sie nur unendlich viel Geld kostet und sich immer weiter aufbläht und immer mehr gegen die Bürger handelt, die Wählerinnen handelt. Ja, so viel jetzt zu diesen zwei Punkten. Ich gucke gerade nach, welche Nummern. Wir haben jetzt also quasi die Nummer eins schon besprochen. Es sei denn, Sie haben noch Nachpunkte, nämlich ab und zu mal, also denken in Volksentscheid-Wahlprogrammen, ja, dass das jede Partei in Zukunft so macht. Ab und zu dann diese realen Volksentscheide direkt, auch einen direkt nach der Wahl dann, damit man sein Wahlversprechen auch sofort umsetzt. Und dann haben Sie genannt, Wohlfühlstimme, dazu gehört übrigens noch die Verdienstzuschüsse. Denn diese positiven Anreize, also der Satz lautet ja auf unserer Homepage, der neue Satz lautet ja, Gesellschaft kann nicht und niemals funktionieren ohne positive Anreize. Das heißt also, da werden ja durch die Verdienstzuschüsse, wird ja Ihr Arzt belohnt, wenn er Ihre Gesundheit fördert und Krankheiten verhindert. Der Lebensmittelhändler, der Supermarktleiter wird durch Verdienstzuschüsse belohnt, wenn Sie nie krank werden als Kunde. Dadurch wird er total interessiert, wirklich gesunde Nahrung anbauen zu lassen von seinen Lieferanten und auch zu liefern. Und so haben wir also diese beiden ersten Punkte haben wir jetzt eigentlich schon genannt. Und wenn Sie noch Nachfragen dazu haben, bleiben wir erst mal bei den zwei Punkten. Wenn nicht, gehen wir, ist die Frage, ob Ihnen noch ein dritter Punkt in Erinnerung ist. Denn wir haben insgesamt fünf, glaube ich, fünf Punkte dieser Kette. Eine Frage habe ich noch. Und zwar, wenn wir jetzt solche Volksentscheide machen, sei es jetzt einmal im Jahr oder zweimal oder alle zwei Jahre, wer legt dann das Thema fest? Wie läuft das jetzt beispielsweise in der Schweiz? Wer sagt jetzt entscheidbar über das Burka-Verbot im Land? Aus meiner Sicht läuft das schlechter. Schlechter. Die Frage ist es doch, wie können wir das so einfach wie möglich machen? Wie kann es gemacht werden, ohne dass es Zeit kostet? Und da haben wir, das ist genau, was Sie jetzt fragen, ist genau genommen nach die Frage nach der Nummer drei. Denn Sie erinnern sich vielleicht an dieses Wort Vorwahlen-Mini-Volksentscheide. Schon mal gehört? Und da ist genau der Punkt, das schildere ich, da ist genau der Punkt. Bei den Vorwahlen-Mini-Volksentscheiden ist ein Kapitel, das besteht aus zwei Kapiteln, jede dieser Sachen. Und die soll es ja dann auch noch, also immer zwei Kapitel. Ein Kapitel ist, liebe anwesende repräsentative Wählerstichprobe, die Sie vom Bundeswahlleiter zusammengestellt sind und wo Sie nur alle zehn Jahre mal einmal drei Stunden opfern, Online-Konferenz oder im Bürgerhaus nebenan hingehen. Und da kommt dann der Staat zu Ihnen, stellt Ihnen eine Kinderbetreuerin zur Verfügung für die drei Stunden oder jemanden, der Ihren Arbeitsplatz, wenn Sie irgendwo im Wachdienst sein müssten oder so, dann für Sie da tätig ist, soweit das geht. Der Staat bereitet sich schon darauf vor. Die wissen ja vorher, wer zu dieser repräsentativen Wählerstichprobe gehört und die suchen natürlich dann die Wege, dass den Leuten es auch total leicht gemacht wird. Die können immer noch sagen, nein, ich will nicht mitwählen. Ich will heute nicht wählen. Aber dann haben die auch noch Ersatzkandidaten dafür aus der gleichen, zum Beispiel auch wieder ein Bäcker, ein anderer Bäcker, der ein bisschen weiter weg ist. Also repräsentative Wählerstichprobe heißt ja, dass der gesamte Querschnitt der Wählerschaft der 45 Millionen, die auch tatsächlich normalerweise zur Wahl gehen, es sind nur 45 Millionen Menschen etwa. Also Sie können ungefähr 40 Millionen, können Sie vergessen, die gehen nicht zur Wahl oder dürfen nicht wählen. Also nur diese 45 Millionen, für die müssen Sie ja eine repräsentative WählerInnen-Stichprobe erstellen. Ja, und dann haben Sie sozusagen diese Wähler, da sitzen, fast 100 Prozent und ziemlich, wirklich ziemlich perfekte repräsentative Wählerstichprobe. Da scheut der Staat keine Kosten und Mühen. Es geht ja schließlich um das Herzstück unserer Demokratie. Und dann dürfen diese Leute sagen, und zwar per geheimer Vorschlag und geheimer Abstimmung, was sollen die Themen des nächsten Volksentscheids sein. Und dadurch kriegen wir dann, ohne dass die Leute Unterschriften sammeln müssen, die Leute nerven müssen, auf der Straße ansprechen, bei minus 20 Grad und Schnee treiben und so weiter. All diese Schikanen können Sie alle vergessen. Das machen die Mini-Volksentscheide, die Vorwahlen-Mini-Volksentscheide. Und dann kommt noch das andere. Es geht ja immer darum, bei der Wohlfühlstimme ging es ja auch darum, um den Lobbyismus von heute auf morgen zu beenden. Ich glaube, das haben Sie hoffentlich noch in Erinnerung. Denn wenn ein Politiker weiß, zum Beispiel Söder regiert Bayern, Laschet reagiert NRW, regiert NRW, ja, und wenn die wissen, aha, ständig werden die Wohlfühlstimmen meiner Landesmitglieder, der Wählerinnen dort, werden ständig transparent veröffentlicht. Dann wird jeder sich sagen, ich darf kein Wort mehr mit dem Lobbyisten reden, denn dann habe ich ja keine Zeit, mich um das Wohlfühlen der Bürger zu kümmern. Also Ende der Lobbyismus von heute auf morgen. Und die Firmen kriegen ja Verdienstzuschüsse nicht mehr dann, wenn sie Profite auf Kosten der Wählerinnen machen, sondern sie kriegen ja Verdienstzuschüsse nur, wenn sie selber auch das Wohlfühlen und die Gesundheit und die Langlebigkeit der Menschen steigern. Also werden die sich diese dann sinnlos gewordene Ausgaben des Lobbyismus sofort streichen. Weil warum soll ich noch einen Lobbyismus machen, wenn es mir am Ende nur schadet? Weil ich kriege ja dann geringere Verdienstzuschüsse, wenn die Lobbyisten ein Gesetz gegen die Bürger durchsetzen. Aber für meine Firma, dann verliere ich ja nur selber, nämlich an den Verdienstzuschüssen. Und dann habe ich am Ende noch die Kosten für den Lobbyismus obendrauf. Und also spare ich mir den ganzen Aufwand. Und in dem Moment ist die einzige Gruppe, die sofort arbeitslos wird, aber es sind alles gebildete Leute, die sofort woanders unterkommen, sind die Lobbyisten. Die werden von einem Tag auf den anderen alle völlig arbeitslos. Weil alle Firmen werden zu diesem Termin jeden Lobbyismus einstellen. Und das bedeutet dann, jetzt müssen wir nochmal die Politiker, es ist manches auch doppelt bei unserem Ansatz, da können auch die Wähler wieder auswählen, welche Machtbegrenzungselemente wollen sie von der Kette haben. Aber zum Beispiel kann man die Politiker nochmal dazu bringen, dass sie uns dienen und nicht den Konzernen. Nämlich indem dann jetzt Leute, Experten, die bis jetzt von der Politik noch nicht gehört wurden, also von der anderen Seite die Experten, die können jetzt bei diesen Minivolks entscheiden. Da können zum Beispiel drei Leute, vier Leute, können sich als Kandidaten vorstellen. Muss man auch gucken, was da zu viel ist oder nicht. Und dann kriegt drei um jeder zweimal zehn Minuten oder so, oder zweimal eine Viertelstunde. Und kann dann versuchen, den Wählern klarzumachen, warum er der bessere zukünftige Kanzler- oder Ministerpräsidentin ist. Und dann wählen die Leute, wieder geheime Wahl. Und dann hat man einen Sieger, einen Tagessieger. Und wer viele solcher Tagessieger hat, der darf dann gegen Söder oder gegen Laschet oder gegen Merkel antreten, je nachdem, was er möchte, kann sich frei auswählen. Und wenn er das gewinnt, dann kann er sagen, ja, ich habe jetzt gegen Merkel gewonnen, also verlange ich Neuwahlen. Und das ist dann nach einem Jahr schon möglich. Nicht nur alle vier Jahre, sondern jedes Jahr gibt es einmal die Möglichkeit, so herauszufordern. Und wenn er das Duell verliert, gibt es keine Neuwahlen. Wenn er es gewinnt, die neue Expertin sozusagen dieses Duell gewinnt, die Wähler entsprechend die Stimmen abgeben in dem Vorwahlen-Minivolksentscheid mit Kanzlerin Merkel. Das ist dann eher ein Zweierduell. Also da kriegen die zehn Minuten ständig im Wechsel hin und her sozusagen. Oder so was. Kann man alles noch drüber reden, wie man genau das technisch macht. Und wenn aber Merkel verliert, kann er sagen, nee, ich mache sofort Neuwahlen. Oder er kann auch sagen, nee, ich mache dann lieber Neuwahlen in NRW oder in Bayern. Ich habe zwar gegen Merkel gewonnen, jetzt habe ich aber die freie Auswahl. Aber wenn man nur gegen Laschet gewonnen hat, dann kann man den Kanzlern nicht wieder Neuwahlen verlangen, sondern kann man nur Neuwahlen in NRW verlangen. Also wenn man die Kanzlerin beschlagen hat, kann man sich aussuchen, wo man die Neuwahlen will. Und dann werden in den Fernsehsendungen werden ständig Duelle zwischen der Herausforderin und Merkel oder Laschet oder Söder ständig gezeigt. Die Leute werden bekannt wie ein bunter Hund, die neuen Experten und die neuen Neukammer. Dann wird sich auch eine neue Partei hinter denen bilden von sich aus. Die werden sagen, wir sind die Fans dieses neuen Experten und bilden jetzt eine Partei hinter ihm. Und dann kriegen wir plötzlich sozusagen, weil die Politiker geschlafen haben und sich nicht um die Experten gekümmert haben, kriegen wir neuen Kanzler, neue Kanzlerin, neue Ministerpräsidenten mit höheren Qualitäten. Und da das der Politiker weiß von vornherein, dass diese Gefahr ja immer besteht, wird er sich ständig um die besten Experten kümmern und wird ständig die andere Seite auch zurate ziehen und nicht so denken, naja, ich brauche doch nichts zu wissen. Auch meine Wähler, die fressen mir sowieso aus der Hand. Ich brauche mich da eigentlich gar nicht zu kümmern, ob ich was Gutes mache für die Wähler. Ich setze mich mit meinen Freunden von den Großkonzernen zusammen und wir feiern schöne Partys und das ist mein Job als Politiker. Das ist dann zu Ende. Ja, dazu Fragen und dazu nochmal Klärungsbedarf. Das waren jetzt die Vorwahlen-Mini-Volksentscheide mit doppelter Funktion. Volksentscheid-Festlegung und Neu-Herausforderer der Politik und Unterdrucksetzer der Politik wählen. Ihr Mikro. Ja, das hört sich alles sehr logisch an und ich glaube, das kann funktionieren. Da bin ich sogar relativ sicher. Es fällt mir keine Frage mehr ein. Nein, wir können ja jetzt dazu übergehen. Fällt Ihnen noch ein, das war jetzt 1, 2, 3. Kettenglieder 1, 2, 3. Fällt Ihnen noch ein, was eventuell das 4. und 5. gewesen sein könnten? Nein, ich stehe jetzt auf dem Schlauch. Nein, dann helfe ich Ihnen doch. Sie erinnern sich vielleicht, dass ich schon öfters davon gesprochen habe, dass wir eine Medien-Komplett-Reform brauchen. Dass wir die Konzerne und die Gelder der Konzerne völlig rausschmeißen müssen aus den öffentlich-rechtlichen Medien. Keine Werbespots mehr, Null-Werbung und so weiter. Und dass wir dann neue Journalisten, zum Beispiel Arte-Journalisten, müssten da Neuverträge bekommen. Und die kriegen 50% der Stimmmehrheit, sodass man also immer auch, dass sozusagen eine Sendung nur genehmigt wird, ausschließlich dann genehmigt wird, wenn immer die andere Seite genauso viel Redezeit bekommt, wie die bisherige Seite, die von den Journalisten bisher favorisiert wurde. Weil die bisherigen Journalisten, da wissen wir ja, dass das eher Leute sind, die gleichgesinnt sind wie die Werbekunden. Und deswegen immer nur eine Seite liefern. Impfindustrie und Pharmaindustrie und Medizinindustrie sind ganz toll. Denn die bringen uns ja auch die großen Gelder über die Werbespots. Und Wer's Brot, ich ess, das Lied ich sing, heißt es so schön. Und wir Naturwissenschaftler finden diese Sprüche sehr gut. Wer's Brot, ich ess, das Lied ich sing. Das ist leider evolutionsbiologisch immer wieder bestätigt worden. Und der andere Punkt ist, dass dann eben, dann kriegen wir plötzlich eine offene Medienlandschaft und wir kriegen, jetzt passen Sie auf, diese Vorwahlen-Mini-Volksentscheide, die werden identisch, wie sie als Vorwahlen, als echte Wahlen stattfindet, auch als Übungswahlen jeden Tag, einmal vormittags, nachmittags, einmal abends, drei verschiedene öffentlich-rechtliche Sender. Man macht vielleicht ZDF und Groß ARD 1, Groß ARD 2 oder so. Man macht dann mal so ein bisschen größere Blöcke, weil wir haben ja so viele Untersender, das muss ja nicht immer sein. Also sozusagen ARD 1, ARD 2, ZDF oder ARD A, ARD B oder Alpha oder Beta. Und dann hat man drei große Sender und jeder von denen macht einen täglich und der eine macht, das wird dann auch ständig gewechselt, aber so, dass die Wähler, die nur vormittags Fernsehen gucken können, trotzdem mit ihrem Telefon dann daran mitwählen können, die sind zwar keine repräsentative Wähler-Stichprobe, aber so, wenn da vier Millionen Leute zuschauen bei jeder Talkshow, dieser Übungstalksendung, also diesem Übungsvorwalt, einen Mini-Volksentscheid, dann haben sie schon immerhin ein bisschen Aussagekraft, hat das Abstimmungsverhalten der Wähler schon und wenn die dann auch wieder dann auch wieder dann dürfen, das Thema für den nächsten Volksentscheid vorschlagen, da wird es natürlich dann viele geben, viel mehr, als wenn sie nur 500 Leute haben, ja, aber wird es viel mehr geben, das muss man dann irgendwie in Gruppenbild zusammenfassen, aber es ist ja auch nur eine Übungsplattform, das zeigt einfach nur, jedem Politiker, der wird immer Mitarbeiter haben, die sich diese Sendungen anschauen, dreimal täglich, da können ja verschiedene Mitarbeiter sein, und einbringen, was da Neues an Inputs gekommen ist, welche neuen Experten sich abzeichnen, denn die könnten ja dann demnächst bei einem echten Vorwahlen, Mini-Volksentscheid, dann sie herausfordern, wenn sie nicht beachtet werden und dann werden die Politiker hingehen und sagen, ja, sie haben doch da in der Fernsehvorwahl gewonnen, wir hätten sie gern als Experten bei uns im Team und gehört, ja, und so werden dann alle die Finger ausstrecken nach den Experten schon dieser Fernsehsendung, plötzlich haben wir eine durchlässige Demokratie, neue Ideen, kompetente Ideen kommen ran, sozusagen, und Volksentscheide, man sieht dann gleich, was wollen die Bürger noch geklärt haben durch einen Volksentscheid, was so zentral ist, ja, und, 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 und damit haben wir eine echte Demokratie mithilfe unserer Großmedien und, ja, und dann letzter Gedanke noch dazu und das Tragische ist, dass bisher ihre zukünftige Partei, die Basis, eher so auf die Laien-Experten setzt, auf die Schwarmintelligenz der Laien und der Amateure. Jetzt leisten wir uns aber den Luxus, dass wir Milliarden Gelder ausgegeben haben um solche gebildeten Leute wie mich, die Wissenschaft von morgens bis abends seit Jahrzehnten lang gemacht haben, solche teuer ausgebildeten Leute, leistet sich unser Staat und dann werfen wir die alle auf den Müll und sagen, nur weil ab und zu natürlich viele von denen auch vorteilbringende Irrtümer ihrer Spaten oder vorteilbringende Irrtümer für die Wissenschaft, manche plädieren sogar für eine Wissenschaftsdiktatur und so weiter, völlig unsinnig, also, natürlich haben die auch ihre manipulativen, vorteilbringenden Irrtümer im Kopf, ihre parasitären Meme, ihre Killerviren des Geistes, aber das haben die Amateure doch auch und die Laien doch auch, die sind doch auch so, auch durchseucht mit all den vorteilbringenden Irrtümern, also ist es ein Grundfehler, die gelernten Experten auszusondern und dazu neigt die Basis ein bisschen, ja, denn das war so der Grundtenor auch von dem Landesvorsitzenden Baden-Württemberg, dem Herrn Baum, Andreas Baum oder so wie er heißt, der hat schon im Telefonat und dann auch in dieser Sendung wo ich ja dann geladen war, so signalisiert, ne, eigentlich gelernte Experten interessieren uns eigentlich gar nicht und wenn, dann sollen die doch Parteimitglied werden, wo es doch ganz klar ist, dass niemand, stellen Sie sich vor, die Basis würde sich irgendwann als rechtsextrem entpuppen, dann wäre ja jeder Experte für den Rest seines Lebens beschmutzt, wenn er da Mitglied geworden wäre. Für den normalen Bürger ist das kein Problem, der versinkt wieder, der verschwindet wieder in der Anonymität sozusagen oder ist auch als Parteimitglied oft gar nicht so prominent, aber für Experten wäre das hochriskant und das macht keiner, das macht Professor Hans-Werner Sinn nicht, das würde, macht keiner, einer, der das mal gemacht hat, der bereut das bestimmt heute ganz schlimm, der Hans-Olaf Henkel, ein Topmann, der in allen Medien und Talkshows hochbeliebt war und der hat dann die AfD hochgezogen und jetzt wird er das wahrscheinlich nie mehr los, den Rest seines Lebens, dass gesagt wird, der hat mal mit diesen braunen Gesellen gemeinsame Sache gemacht. Das wird ja nie wieder los. Also deswegen bitte ein Punkt dann auch bei Ihrer Partei, bitte regen Sie dort auch an, dass man auch die Amateur-Experten, auch die Laien-Experten, aber auch die gebildeten Experten und ausgebildeten Experten hören muss und bei allen muss man vorsichtig sein und nach den Vorteilbringenden Irrtümern Ausschau halten, wo sie irgendwelche Partikularinteressen irgendwelcher Sparten eigentlich vertreten, manchmal sogar gar nicht ihrer eigenen Sparte, sondern irgendeine anderen. Ja, soweit einleuchtend und wo ist noch Unklarheit? Das wäre nämlich jetzt dann die vier, gell? Das wäre jetzt... Also vorher dachte ich noch, beim Fernsehen müsste man bestimmen können, welche Sendungen da angeboten werden, aber dann habe ich mir gedacht, wenn die Journalisten ja von beiden Seiten sozusagen zu 50 Prozent verantwortlich sind und Redakteure für einen Sendungs Inhalt, dann ist es wahrscheinlich gar nicht erforderlich, dass ich als Zuseher mitbestimmen können muss, was denn da gezeigt wird. Nicht unbedingt, aber trotzdem haben wir es im Konzept drin, ich war nämlich nicht vollständig, denn wir überlegen natürlich auch, dass wir die Wohlfühlstimme, die Gesundheitsdaten, die Langlebigkeitsdaten und die Wohlstandsdaten, dass wir gucken, welche Menschen schauen, wie oft welche Sender und dann wird der Sender, bei dem die Zuschauer durch die Tipps, nehmen wir an, es sind gute auch Ratgeber, es gibt ja immer so Sendungen, Ratgebersendungen, Bauen und Wohnen oder sonst wie, also die Bürger, deren Wohlstand, wo der Wohlstand sich am besten mehrt, bei dem Sender, dieser Sender kriegt dann wieder die größten Verdienstzuschüsse und die anderen weniger und dann haben wir noch einen Mechanismus, einer von den drei Sendern, von den öffentlich-rechtlichen, verliert seinen Auftrag, nämlich der, der die schlechtesten Werte hat, verliert seinen Auftrag an einen dritten privaten Sender, der dann die Chance hat, das besser zu machen als die zwei öffentlich-rechtlichen. Das heißt, wir hören auf mit dieser Beamten Geschichte, das ist am Anfang so, haben wir drei öffentlich-rechtliche Staatssender, Staatssender und Start- oder Beginnsender, Anfangssender, aber dann kriegt der Sender mit den schlechtesten Werten, den kriegt ein privater Sender und kann dann beweisen, was er kann oder nicht kann. Und es kann dann sein, dass wir am Ende laut drei Private haben, die aber so gut für uns Bürger dienen und helfen und mit geringeren Kosten und so weiter. Das ist mir dann egal, ob das Private sind. Mir ist immer egal, ob etwas Privat oder staatlich ist. Hauptsache, die werden gelenkt in unseren Dienst und kriegen nur Geld, wenn sie uns messbar gedient haben. Wenn unsere Wohlfühlstimmen, unsere Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten und unsere Wohlstandsdaten besser geworden sind. Ja, und Ihr Mikro ist wieder aus. Entschuldigung. Also Bildungsfernsehen ist ja auch durchaus sinnvoll. Früher gab es doch im bayerischen Fernsehen... Nur kurz, ganz kurz, wir würden dort sogar im Fernsehen überall ständig kostenlos, auch der Weltrat, kostenlose Ernährungs- Vorkochen, Ess-Sendungen, Einkaufssendungen, durch die Supermärkte wandern und so weiter. Also Bildung, natürlich, richtige Bildung, wichtige Bildung oder der richtige Sport wird gezeigt, Gesundheitssport. Machen Sie ruhig weiter. Ja, das wäre äußerst sinnvoll. Ich gerade fiel mir das ein mit dem Bildungsfernsehen, aber wenn Sie das sowieso schon in Ihrem Konzept drin haben, dann ist ja das ganz wunderbar. Wir haben noch nie so ausführlich über das Fernsehen oder die Presse gesprochen wie heute. Also ich finde das wirklich sehr, sehr wichtig und dass man da auch mal einen Einblick bekommt, wie das Konzept der Next Scientists for Future ist oder des Weltrates und das hört sich alles ganz vernünftig und gut an. Auch da kann ich nur sagen, ich glaube, das kann funktionieren. Was ist jetzt der nächste Punkt? Ja, vielleicht erst mal mache ich den zu Ende und dann mache ich noch den letzten Punkt. Ich sage nämlich noch mal, wissen Sie, ich vergesse bestimmt viele Aspekte, aber wenn wir dann in den Ministerien sitzen und daran feilen, Sie können sich sicher sein, dass wir immer es so machen, dass die Bürger das Sagen haben, die WählerInnen das Sagen haben, dass alle anderen unsere Diener werden und wie wir das dann technisch machen und welche Details wir noch reinbauen und wo wir, ja und so weiter. Das ist variabel, aber wir haben immer dieses Ziel, denn was für ein Ziel habe ich? Warum spreche ich hier heute mit Ihnen wieder? Weil ich jeden Tag sechs Stunden, fünf, sechs Stunden meine Lebens- und Arbeitszeit ehrenamtlich und kostenlos dafür opfere, dass ich sage, ich möchte bald so schnell wie möglich in einer, ich möchte das noch erleben, dass ich in einer wirklich glücklichen, spaßmachenden, gesunden Gesellschaft, stellen Sie sich vor, wenn mein Hausarzt gegenüber oder so, wenn das Hausärztin Team, wenn die dann plötzlich lauter singen, tanzen, musizieren, alles was Gesundheit fördert, singen, tanzen, musizieren, Sport, Gesundheitssport, Fitnessstudio, alles kostenlos anbieten, denn wir zahlen ja nur wirklich genug Beitrag. Ja, Yoga auch, alles wird dabei sein, alles das, was wir bisher so überall verstreut hatten, das wird alles Partner, die Hausärzte werden sich den nächstliegenden Yoga-Kurs, da werden sie eine Partnerschaft eingehen und die mit ins Boot holen und so weiter, ja, weil eben, das wird auch gut sein, weil wir dann den Wildwuchs zum Beispiel beenden können, zum Beispiel wird es keine blinde Förderung mehr für Boxvereine und Boxabteilungen geben, weil da der Arzt sagt, nee, da, das ziehe ich nicht in mein System rein, da kriegen ja meine Leute einen Gehirnschaden, ja, meine, und also, und dadurch werden, also wird das alles gefiltert und es wird alles, Sport soll doch der Gesundheit dienen und nicht krank machen und nicht Verletzungen provozieren und deswegen wird auch, auch die Medien werden überwiegend nur noch über die neuen Gesundheitssportarten reden, zum Beispiel habe ich ja selbst zwei Sportarten entwickelt, nämlich das Gesundheitstischtennis, wo man einen Satz mit links spielt, einen Satz mit rechts und das gleiche auch das Gesundheitsbettetisch, das ist so Badminton, Table Tennis, Tennis, Squash gemixt, wo man also quasi mit einem etwas umgebauten oder normalen Tischtennisschläger mit einem ganz großen Tischtennissball auf dem Badmintonfeld so eine Art Tennis spielt und das kann auch jeder Squash-Spieler spielen, die haben ja auch alle Schlägererfahrungen und so weiter und ja, von daher zwei neue Volkssportarten, die total spannend sind und total gesund sind und ja und und so wird da quasi der Hausarzt dafür sorgen, dass die meisten Menschen angelockt werden und verführt werden zu Gesundheitssportarten und wegkommen vom Boxen und von dem verletzungsreichen Fußball oder auf anderen brutalen Sportarten, wo die Leute ständig vor Schmerzen schreien, wenn sie zusammengetreten werden oder bei Handball, wo die Leute ins Koma fallen, weil sie mit dem Kopf aneinander gekracht sind und das sind alles doch keine Sportarten, das sind doch Kriegsspiele, aber alles freiwillig, also natürlich der Arzt kann ja nur versuchen, die Leute dahin zu verführen, weg vom Boxen zum Gesundheitssport. Ja, ja, wenn Sie, haben Sie dazu noch Fragen oder, also ich möchte glücklich werden und deswegen opfere ich meine Zeit und der ganze Weltrat hat nur ein Interesse, glückliche Menschen und dafür müssen die WählerInnen das Sagen haben und nicht die Konzerne, sondern die Konzerne sind unsere Freunde, die uns dienen müssen, wenn sie, damit sie unsere Freunde bleiben, sonst können sie gerne pleite gehen. Das ist eine sehr gute Zusammenfassung des Konzeptes und welchen Punkt müssen wir jetzt noch dabei beachten, um dieses Konzept noch rund und vollständig zu machen? Das hat Ihr zukünftiger parteipolitischer Koordinator David Claudio Sieber von den Grünen, früher, also Ex-Grüner, der hat er uns zu inspiriert. Er hat nämlich, und wir haben das dann natürlich umgearbeitet, weil so wie er es vorgeschlagen hätte, würde ich es nicht machen, denn Sie können nicht Umfragen nehmen, um danach so kurzfristige politische Weichenstellungen zu treffen, denn das Problem ist, dass die Leute nach dem Gebot der sozialen Erwünschtheit antworten. Wenn Sie angerufen werden, dann wissen Sie ja nicht, was derjenige mit diesem Anruf macht, ob er mitschneidet, ob er, der weiß ja, wo Sie wohnen, der hat Ihre Telefonnummer und, 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 ja. Und da haben die Leute Angst, die Wahrheit zu sagen, was sie wirklich denken. Also darf es niemals Umfragen sein, sondern bei uns, wir hatten das damals machen lassen als simulierte Bundestagswahl. Und genauso muss man es als simulierten Volksentscheid machen, sodass die Leute, das kostet zwar ein bisschen mehr, aber dann sitzen die Leute vor einer gläsernen Urne, können ihren Zettel so zusammenfalten, dass er genauso aussieht wie die anderen Zettel, dann können sie die Urne noch mit ihren eigenen Händen schütteln, damit der Zettel sich mit den anderen vermischt und dadurch kann jetzt niemand mehr identifizieren, wer hat was geschrieben. Und dann sagen Ihnen die Leute die Wahrheit. Und dann können, danach können Sie dann so ein bisschen sagen, als parteikurzfristig, also die Stimmung im Lande scheint so und so zu sein, da machen wir jetzt mal kurzfristig diese und jene Entscheidung, das prüfen wir dann später vielleicht nochmal durch einen Volksentscheid nach, aber da haben wir dann so Hinweise, also quasi simulierte Volksentscheide, um die kurzfristigen Stimmungen bei eiligen Entscheidungen noch ergänzen zu können. So ein Stimmungsbild, aber bitte keine Umfragen. Da sagt Ihnen nämlich jeder am Telefon, Nein, ich wähle auf keinen Fall die AfD. Nein, ich bin doch kein Rechter. Nein, sie müssen das in geheimer Wahl machen lassen. Und alles geheim, auch die möglichen Vorschläge. Also das wäre so, nochmal, es ist natürlich unheimlich schwer, dann ist es auch schon vor dem Bundeswahlleiter sehr schwer, wirklich repräsentative Wählerstichproben zusammenzustellen und für so ein Wahlforschungs- oder Meinungsforschungsinstitut einen simulierten Volksentscheid mit einer wirklich repräsentativen Wählerstichprobe hinzukriegen, ist auch wieder eine hohe Anforderung, ist sehr schwierig. Deswegen sollte man das dann auch nicht überbewerten mit diesen simulierten Volksentscheiden, weil da die Repräsentativität, nämlich dass alle Schichten der Wähler vertreten sind und das nur, wenn es ganz repräsentativ ist, können Sie sagen, dass das Ergebnis einer Stichprobe fast so präzise ist, wie wenn Sie 45 Millionen Menschen wählen lassen. Aber nur bei einer repräsentativen Wählerstichprobe. Sobald Sie davon abweichen, wird das Ergebnis deutlich ungenauer in irgendeine Richtung. Leuchtet das soweit ein, dieser fünfte Punkt? Und vielleicht fallen uns noch mal irgendwann sechster Punkt oder siebter Punkt ein oder die Wählerinnen sagen, nee, das ist uns zu viel. Wir streichen mal das und das weg, weil wir müssen ja nicht alles doppelt machen. Das wäre jetzt halt eine sehr sichere Kette. Jetzt wäre also, jetzt wäre das, das, das sichert mehrere Sachen mehrfach ab. Ja, das ist ja dann eine echte Basisdemokratie. Das ist eigentlich das, was die neun jungen Parteien alle irgendwie fordern. So sehe ich das. Und ja, so könnte man das in die Tat umsetzen. Ja, und rechnen Sie jetzt mal den Zeitaufwand zusammen. Sie gehen zur normalen Wahl wie immer. Das sind Sie aber immer schon gegangen. Dann gehen Sie vielleicht alle zwei Jahre oder ja, also je nachdem, was die Leute wollen, drei Monate bis zwei Jahre, gehen Sie mal auch noch zu einem Volksentscheid. Ist nochmal der gleiche Aufwand. Dann gehen Sie alle zehn Jahre, fällt vielleicht das los auf Sie, dass Sie an einem Vorwahlen-Minivolksentscheid drei Stunden opfern müssen, sozusagen, wenn Sie daran teilnehmen wollen. Und dann haben Sie bei den Fernsehsendungen, ist es ja Freizeitvergnügen, da entscheiden Sie ja ganz allein, selbst wenn Sie keine Zeit haben, machen Sie das weder morgens mittags noch abends mit. Und jeder macht nur, wie viel er Lust hat da. Also völlig frei und ohne Zeitstress. Ja. Und dann diese, diese vor, diese simulierten Volksentscheide, da nimmt ja sowieso nur Zeit, äh Teil, wer Lust hat. Der wird dann in der Stadtmitte angesprochen, ja. Stellen sich vor, München, Stadtmitte und wer zufällig Zeit hat und der in das Schema passt, was jetzt gerade für die Repräsentativität sinnvoll wäre, äh, der nimmt dran teil. Und das ist auch wieder nur völlige Freiwilligkeit, also nur die, die sowieso gerade ein bisschen Zeit haben, ja. Was natürlich auch wieder der Nachteil ist, weil die, die keine Zeit für sowas haben, die sind dann wieder nicht repräsentiert, ne. Also perfekt wird man sowas nie hinkriegen, äh, mit der simulierten, äh, also auch die simulierte Bundestagswahl, die bei uns stattgefunden hat, da können wir nicht garantieren, dass das wirklich eine repräsentative Wählerstichprobe war. Das war es garantiert nicht, ne. Deswegen kann es ja auch sein, dass die Wahlergebnisse mit unseren Reformen vielleicht sogar 76 Prozent in Wirklichkeit sind oder in Wirklichkeit nur 36, weil wir wissen ja nicht, die, das war keine repräsentative Wählerstichprobe, es gibt die statistischen Schwankungsmöglichkeiten, die Ungenauigkeiten, die immer noch gegeben sind und so weiter. Also insofern weiß man das nicht. Aber auch mit 36, mit 28 Prozent können wir ja schon den Kanzler stellen. Also 56, die Hälfte ist 28. Und nochmal die Hälfte 14 Prozent, damit könnten wir Koalitionspartner werden. Und das kann die Basis werden, aber ich fürchte nur mit uns und nicht mit der Anthroposophie als einzigen Experten. Also können wir jetzt nur appellieren an die Basis beispielsweise. Lasst euch von den Next Scientists for Future beraten, namentlich von Don Dölln. Wir haben ja gerade gehört, der kennt sich bestens aus, kann das Konzept auch gut erklären und so kann es gelingen. Ja, und aber liebe Basis, auf keinen Fall wieder jetzt die Next Scientists for Future auf keinen Fall zu den einzigen Experten erklären. Dann seid ihr ja wieder bei einer anderen Einseitigkeit. Das seid ihr zwar auf der Einseitigkeit auf allerhöchstem Niveau, aber wo ist der Widerspruch? Es muss doch immer wieder Sprechende geben. Es muss doch wenigstens zwei andere geben, die sagen, nein, die Gesundheitsreform wollen wir so nicht. Wir wollen ein staatliches Gesundheitswesen. Da kriegt der Arzt sein Festgehalt, dann ist diese Profitgier weg und so weiter. Und dann würden wir wieder sagen, ja, aber damit lösen sie ja eine Katastrophe aus. Dann haben sie nämlich Beamtenärzte und die schlafen dann den ganzen Tag und kümmern sich um die Krankenschwestern und flirten mit denen, die verlagern, also weil sie ihr Geld ja sowieso kriegen, verlagern sie in die Arbeitszeit ihr Privatleben und kümmern sich da um die Fortpflanzung. Also um die Weitergabe ihrer Gene in die Zukunft hinein, kümmern sich um die hübschen Arzthelferinnen und die hübschen Krankenschwestern und gammeln vor sich hin. Und die hinterfragen ja ihre, die in Ausbildung gelernten Irrtümer dann ja auch nicht, weil sie nämlich sozusagen, warum sollten sie sich die Mühe machen, ihre Irrtümer zu hinterfragen? Die verschreiben dann genauso die Chemotherapien, ohne sich darüber Gedanken zu machen, wie bisher auch und werden also keine gesundheitsförderlichen Ärzte werden. Also ein staatliches Gesundheitssystem wird uns unsere Gesundheit eher noch, vielleicht sogar noch mehr schaden als das jetzige System, wenn auch der Profit, die Profitinteresse am Verkauf von möglichst vielen Operationen natürlich dann weg ist. Aber dann wird der Arzt eher zu wenig operieren, weil er so nach dem Motto, warum soll ich mehr Arbeit machen? Nö, da brauchen wir nicht operieren. Ich kriege doch mein Geld eh. Ich kriege doch mein Geld auch, wenn ich gar nichts mache. Und das halte ich für gefährlich, denn die Menschen sind so, das muss schon ein bisschen die Leistung gemessen werden und die Gesundheitsförderungs- und Krankheitsverhinderungsleistung gemessen werden. Und deswegen wäre das so der große Volksentscheid. Wollt ihr Systeme ohne Leistungsmessung oder mit Leistungsmessung? Könnte ein Volksentscheid heißen. Leuchtet das ein soweit? Das leuchtet durchaus ein und ja, ich kann mich nur wiederholen. Ich denke, so kann es gelingen, eine neue junge Partei dann auch leicht über die 5% Hürde zu bringen. Ja, leicht wird es garantiert nicht, weil ja die Restgesellschaft alles dafür tut, dass niemand von der neue Partei erfährt. Aber mit solchen Inhalten hätten wir jetzt in den letzten Monaten schon mit der Basis, mit den Prominenten, die ja selbst wieder Interesse bei den Sendern auslösen, hätten wir eigentlich in den letzten Monaten hätten wir, was wir verpasst haben bis jetzt ist, dass wir 20 Millionen Klicks hätten im Internet erreichen können. Und dann wären die 5% möglich gewesen. Auch nicht sicher, aber möglich. Ihr Mikro ist noch aus. Ja, also ich glaube, wir könnten das Thema für heute beenden. Das ist jetzt rund und hat alles erläutert. Und schauen wir mal, über was wir beim nächsten Mal vielleicht nochmal sprechen können. Aber gerade jetzt die angesprochenen basisdemokratischen Elemente haben Sie jetzt, glaube ich, wirklich sehr gut erklärt, sodass das eigentlich jeder verstehen kann. Und der Zeitaufwand, der da nötig wäre, scheint mir nicht sehr groß zu sein. Also ich glaube, das kann wirklich jeder leisten. Auch berufstätige Mütter, berufstätige Väter. Auch Karriere, Stressleute können sich das bisschen Zeit, können die auch opfern. Ihr Mikro ist aus wieder. Ja, danke, das war wieder sehr interessant. Ja, dann können wir die heutige Sendung schon beschließen und Sie sagen wieder Bescheid, teilen per Mail wieder Ihren nächsten Wunschtermin mit und überlegen sich dann schon, welcher gesellschaftliche Bereich Sie vielleicht noch. Wir haben ja über viele Bereiche noch gar nicht gesprochen, zum Beispiel über das Finanzamt noch nicht gesprochen oder was auch immer Sie dann noch interessieren könnte. Ja, und dann haben wir jetzt schon eine schöne, runde Sendung und dann kann ich jetzt hiermit diese Sendung ja wieder beenden. Also bis bald dann und Tschüssi, bis bald.